Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat einen Informationsbericht über die geplante Vorgehensweise bei den Ermittlungen zur mutmaßlichen Falschaussage vom Bundeskanzler Sebastian Kurz an Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium geschickt. Ob das Ministerium die von Kurz gewünschte Befragung durch einen Richter für angebracht hält, lässt eine Sprecherin auf APA-Anfrage offen. Im konkreten Fall ist diese Prüfung noch nicht abgeschlossen, so heißt es. Die WKStA ermittelt nach einer Ansage gegen Kurz wegen des Verdachts, den Ibiza-Untersuchungsausschuss in mehreren Punkten falsch informiert zu haben. Im Kern geht es aber um die Frage, wie intensiv Kurz unter Türkis Blau in die Reform der Staatsholding ÖBAG involviert war. Bei seiner Befragung im Ausschuss war der Kanzler bemüht, seine Rolle bei der Auswahl des Aufsichtsrates sowie bei der Bestellung des umstrittenen Ex-ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt herunterzuspielen. Später aufgetauchte Chatprotokolle legen allerdings eine enge Abstimmung zwischen Schmidt und Kurz nahe. Sowohl Kurz selbst als auch die ÖVP haben die WKStA in der Vergangenheit wiederholt attackiert und ihr vorgeworfen, parteipolitisch zu agieren. Justizministerin Alma Sadic stellte sich dagegen hinter die Ermittler, die Staatsanwaltschaft selbst beklagte politische Störfeuer gegen ihre Ermittlungen. ÖVP-Anwalt Werner Supan forderte am Dienstag nun, dass die Befragung des Bundeskanzlers nicht durch die Staatsanwaltschaft erfolgen soll, sondern durch einen Richter. Als Grund nannte Supan, dass es um einen besonderen Fall und eine besondere Persönlichkeit geht. Tatsächlich sieht die Strafprozessordnung § 101 Absatz 2 vor, dass die Staatsanwaltschaft eine Beweisaufnahme durch gerichtliche Beweisaufnahmen beantragt, wenn ein solchen wegen der Bedeutung der aufzuklärenden Straftat und der Person des Tatverdächtigen ein besonders öffentliches Interesse besteht. Allerdings müssen dafür beide Bedingungen erfolgt sein. Ein prominenter Beschuldigter reicht dafür also nicht aus. Auch die Bedeutung der aufzuklärenden Straftat, in diesem Fall eine Falschaussage, muss in Betracht gezogen werden. In der Praxis hat diese Regelung bislang eine sehr geringe Bedeutung, vor allem was die Durchführung von Vernehmungen betrifft. Heißt das dazu aus dem Justizministerium. In einigen Fällen sei eine Sachverständigenbestellung durch das Gericht erfolgt. Außerdem wird darauf verwiesen, dass kein Raum mehr für eine gerichtliche Beweisaufnahme, wenn der Sachverhalt bereits geklärt sei. Einen Informationsbericht der Staatsanwaltschaft über die geplante Vorgehensweise gibt es laut Ministerium jedenfalls bereits. Dieser werde allerdings noch geprüft.